hallo und recht herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der andy und heute will ich euch zeigen wo der xur standort ist so dann gehen wir mal los und da ist er schon müsste gar nicht weit gehen diesmal schauen wir uns nur noch schnell das inventar an was er dabei hat so das sind einmal die dämmerbruch garnison arachnoid dann warlock der witter und der faltenmund ja und die anderen sachen sind die üblich das ist er genau so das war es auch schon wieder mit dem video wenn er mehr von mir sehen wollt einfach abonnieren und ich werde jetzt in zukunft immer die position hier ein video machen genau gut also ciao euer andy